Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es gibt Leute, die am liebsten jeden Tag teilgewahren hätten, und zwar von GOP. Die Statistik zeigt nämlich, dass 60% der Schweizer Haushaltungen im letzten Jahr GOP-Teigwaren gekauft haben. Und das ist auch kein Zufall, weil GOP mit einer grossen Auswahl an Sorten und Formen für jeden Geschmack und für jede Gelegenheit die entsprechenden Teigwaren hat. Neben der grossen Vielfalt von den Hörnchen, über die Spätzchen bis zu den Gravettchen und mit ihrer Qualität sogar die verwöntesten Kenner begeistert, offeriert ihnen GOP eine besondere Spezialität, die gewalzten Galateigwaren nach Hausmacherart. Besonders anspruchsvolle Feinschmöcker machen den Teig auch heute noch selber. Walzen den Teig aus und schneiden ihn in Streifen. Dem traditionellen Verfahren sind die Fäufeiernudeln von Galanachem gefunden. Nach dem Mischen der Zutaten wird der Teig echt gewalzt und nicht mehr gepresst wie bei normalen Teigwaren. Dann werden die Nudeln zu schönen Nästen gewickelt und zum Tröchnen weitergeleitet. Durch das sorgfältige Walzen kommen die Nudeln einen feinen, kernigen Geschmack über. Den Unterschied sehen Sie sofort an der samtig-matten Oberfläche. Und es gibt sie als Nestle in verschiedenen Breiten und als Nestle mit Tomaten und Spinat. Wer es lieber mehr auf die italienische Art hat, findet bei GOP natürlich auch eine ganze Palette von Napoli-Teigwaren mit besonders fantasievollen Formen. Und Genuss und Wohlbefinden unter einem Hut bringen die Fitness-Teigwaren von GOP, die mit dem weitgehend naturbelassenen Korn den Körper auch noch mit wichtigen Nahrungsfasern versorgt. Sie sehen, Teigwaren sind nicht einfach Teigwaren. Aber trotz allen Unterschiede haben Sie eins gemeinsam. Sie sind einfach gut. Vor einer Woche habe ich Ihnen eine Drittwelt-Kaffee-Solidarität vorgestellt, die Sie jetzt bei GOP überkommen. Es sind viele positive Reaktionen bei uns eintroffen. Aus diesem Grund nochmal ein Hinweis auf diese Neuheit. Der GOP-Kaffee-Solidarität ist eine Mischung aus feinsten Arabica-Sorten, röstfrisch, abpackt und aromadicht versiegelt. Dieser besondere Kaffee wird direkt bei den Kleinbauern in Mittelamerika eingekauft. Zu einem Preis, der vom Weltmarkt unabhängig ist und den Produzenten ein existenzsichernes Einkommen ermöglicht. Garantie dafür, dass der Mehrpreis auch wirklich den Kleinbauernkooperativen zugut kommt, übernimmt Max Havillard Stiftung. Und weil meistens dort, wo es nach Kaffee schmeckt, den Kuchen nicht fehlen darf, auch zu diesem Thema ein paar Anregungen. Also, deine selber gemachten Rouladen, Tante Helin, sind halt immer noch am besten. Selber gemacht schon, aber beim GOP. Ausser der neuen Noisette-Rouladen offerieren die Konditor von GOP noch eine ganze Reihe von selber gemachten Sonntagsgebäcken. Die Suche will schliesslich verwöhnt sein. Jede Woche gibt es Neuheiten bei uns und jede Woche auch wieder neue Aktionsangebote. Wie immer jetzt eine Auswahl davon. Alle Fruchtsäfte in der Eiliter-Pure-Pack sind bei GOP 30 Grappen günstiger. Ein Bund Spargel aus Spanien kostet pro Kilo nur 8,50. Und der schöne Osterstrauss nur 13,50. Eine 500-Gramm-Packung Jakobs-Kaffee Medaidor gibt es für nur 4,95. Und ausserdem offeriert ihnen GOP 600 Gramm Classico Vanille Glacé für nur 4,50. In den letzten Jahren sind wir an Ostern vom Wetter doch immer wieder recht verwöhnt worden. Hoffen wir, dass es auch dieses Jahr so wird sein. Die fröhlichen Kinderensembles sind nämlich gerade richtig für einen warmen Frühlingstag. Und kosten bei GOP übrigens nur 20 Franken. Okay.